Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von meingeld.tv auf dem Assicuranz Award 2022 hier in Frankfurt. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Maximilian Budeke. Er ist Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Prokunde AG und Leiter der Partner- und Kooperationsvertriebe. Guten Tag Maximilian. Hallo Isabel, grüß dich. Warum sollten die Vermittler jetzt gerade sich mit der Pangea Live beschäftigen? Die habt ihr eigentlich schon länger. Danke für die Frage. Also spannend. Pangea Live ist gerade in der jetzigen Zeit deswegen so spannend, weil es eben ein Stück weit von der Aktienbörse entkoppelt ist. Das bedeutet, wir erleben ja gerade an den deutschen Märkten und auch grundsätzlich an den Aktienmärkten, dass es ein sehr volatiler Markt ist. Und die Pangea Live wiederum durch ihren Fokus auf das nachhaltige Investment und auf die klaren Investments, die hier schon getätigt worden sind, hat eine konstante mit einer sehr geringen Volatilität versehene Wertentwicklung. Und das macht Pangea Live jetzt für die Geldanlage hochspannend. Beispielsweise der Blue Energy Fonds hat aktuell nach Fondskosten eine Wertentwicklung von 9,3 Prozent pro Jahr seit Auflage und das ziemlich konstant. Und das macht eben dieses Produkt so spannend für die Geldanlage, für die Kunden, die jetzt ruhig schlafen wollen. Gerade in der Krisenzeit. Das ist wichtig. Wie unterstützt die Bayerische die Vermittler in 2023, also nächstes Jahr? Es geht weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ist ja gerade für viele Vermittler eine schwierige Herausforderung. Viele wissen noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen. Wir unterstützen mit unserem ESG-Profiler. Wir haben aber gleichzeitig auch vor, nächstes Jahr hier weiter aufzuklären. Dazu werden wir natürlich im Biometriebereich wieder aufholen und zusätzliche Produkte bzw. Innovationen anbieten. Also die Vermittler dürfen gespannt sein. Einen Punkt möchte ich aber herausstellen und das ist geschuldet der aktuellen Situation. Wir wollen nicht nur unterstützen mit Produkten. Wir unterstützen auch mit Kampagnen. So wird zum Beispiel unsere Kampagne zum Thema Überflüssigkeitscheck dem Kunden helfen, tatsächlich jetzt bzw. dem Vermittler helfen, den Kunden aufzuklären und zu unterstützen in der aktuellen Zeit. Auch mit Möglichkeiten beispielsweise kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten zu überbrücken. Das ist wichtig. Das wird nämlich in den nächsten Monaten nicht einfach. Welche Neuigkeiten gibt es nun von der Produktseite bei euch? Danke. Produktseite ist immer spannend. Also wenn man sich fragt, was kannst du eigentlich als Innovationen noch bringen, dann sind wir als Bayerische natürlich weiter dran, die Pangea zu entwickeln. Auch im Bereich der vongebundenen Altersvorsorge wollen wir nochmal Sprünge machen. Wir haben gerade frisch in der Bereich der betrieblichen Altersvorsorge unseren Deckungsstock nachhaltig zertifiziert bekommen. Das bedeutet, wir können jetzt tatsächlich im betrieblichen Altersvorsorgebereich eine komplett durchgängige, nachhaltige, nach Artikel 8 zertifizierte Altersvorsorge anbieten im betrieblichen Altersvorsorgebereich. Das können noch nicht so viele und genau auf dieser Schiene werden wir auch nächstes Jahr weitermachen. Schön, dann viel Erfolg für diese Schiene und alles Gute.